Ihr Lieben, was kaum jemand weiß, seit Bauer sucht Frau, bin ich ein großer Freund des Landlebens. Ich gehe täglich in meinen Keller, schaue in meinen kleinen Stall, was das Vieh macht. Dabei fällt mir an, ist natürlich verboten, in einer Tiefgarage Vieh zu halten, aber nichtsdestotrotz. Deshalb frage ich jetzt Sie, erinnern Sie sich noch an das ein oder andere kleine Tier auf einem Bauernhof? Was könnte das gewesen sein? Bote, Küken, Schwein, Pferd, Küken, 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 wenn man zu mir Küken sagt. Ich würde sagen, nein, nein, nein. Küken finde ich ganz, 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 ganz schön. Darüber möchten wir jetzt alles erfahren, denn wir haben heute im Fernsehen einen Themenabend. Auf allen Kanälen geht es um das Küken. Und ihr kommt jetzt auf die Bühne, denn ihr seid jetzt meine Fernsehsender. Also, ihr seid meine Fernsehsender und es gibt einen wunderbaren Themenabend zum Thema Küken auf allen Kanälen. Mirja, du bist jetzt Big Mirja auf 9 Live. Ich habe mich gehört. Oliver, du bist das Wort zum Sonntag. Dankeschön. Ich stehe es nicht auf dem Strich? So, Täti, du bist alle Gameshows, die jemals gelaufen sind. Oh Gott. Und Paul, du bist Politiker in einem Wahlwerbespot. Die Partei würde ich gerne kennenlernen, ehrlich gesagt. Und da ich ja für mein Leben gerne umschalte, gerade an so einem Themenabend, dann werde ich immer hin und her zappen und ich gucke als erstes Mal bei 9 Live rein. Hallo Leute, hallo Leute, ich sehe den Buzzer schon wieder läufchen. Ruft jetzt an, ich sage noch nicht, um was es geht. Seid dabei, es ist ein Tier. Es ist ein... Paul. Küken. Küken, Freunde. Wir brauchen mehr Küken. Küken ist so... Nein, 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 nein. Küken. Küken ist nichts. Wann haben wir denn zum letzten Mal ein Küken in der Hand gehalten? Ali. Das, liebe Zuschauer, erinnert mich an ein Fest, das ich einmal in Berlin besuchte. Es war ein Fest zu Ehren des Heiligen St. Christophorus. Die jungen Menschen nannten es den Christopher Street Day. Dort kam ein junger Mann auf mich zu, der seltsamerweise ganz in Leder gewandet war. Und er verkaufte mir eine rote Pille für 50 Euro. Ich nahm sie und alle Menschen sahen aus wie Küken. Ach, Gott, Gott, Gott. Tschüssi. Ich nehme ein K wie Konrad. Und ich möchte lösen, die Kükenjiebsen. So, was denn der Bazar? Habe ich jemanden in der Leitung? Habe ich jemanden in der Leitung? Ich sage, es ist ein Tier. Es fängt mit K. Habe ich von Küken. Küken, Freunde. Küken. Wann haben wir ein letztes Mal ein Küken weinen sehen? Die Kükensteuer 16%... Wir haben 100 Leute gefragt. Welches Tier ist das Tier, mit dem Sie am liebsten eine Nacht verbringen möchten? Olli. Und als ich mich daran gewöhnt hatte, dass alle Menschen wie Küken aussahen... Ich gebe Ihnen 200 Euro. Ich gebe Ihnen 400 Euro, wenn Sie Tor 2 nehmen. Tut mir leid, Sie haben leider nur das Küken erwischt. Wir haben ein K, wir haben ein Ü, wir haben ein K, wir haben ein E. Olli. Da kam ein anderer sehr eingeölter junger Mann auf mich zu. Und er verkaufte mir eine blaue Pille. Und als ich sie genommen hatte, da passte meine Hose nicht mehr, liebe Gemeinde. Was hat das zu bedeuten? Bitte umschalten. Das Programm gefällt mir gerade so gut. Wer von euch ohne Sünde ist, der wer für das erste Küken heißt. An irgendeiner Stelle, liebe Freunde. Paul. Rechtsradikale Küken müssen kommen. Wir müssen sie aus unserem Land vertreiben, Freunde. Rechtsradikale... Und wenn ihr jetzt gleich anruft, dann ziehe ich auch mein Oberteil aus. Ruft an, jetzt K-U-K-E-N. Küken. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann. Hallo, Mann.